So, wieder ein Video abgedreht. Hi und willkommen zum neuen Video. Ich war jetzt lange nicht da, aber hey, ich bin zurück. Ich sage euch vielleicht später noch, warum es gerade so wenig Videos gibt. Aber jetzt komme ich wieder mit einem Videotitel Eine Nacht mit mir verbringen. Ich weiß schon, der Titel kann jetzt total in die Hose gehen, weil ich meine, werden wir schon eine Nacht mit mir verbringen. Aber ich sehe allein an den Klickzahlen, wer überhaupt potenzielles Interesse hätte, mit mir eine Nacht zu verbringen. Gut, und jetzt, wo ich euch alle habe, das Video geht tatsächlich nämlich so ein bisschen darum, Da geht es zumindest los, ne? Da geht es zumindest los. Aber für den Preis bekommt ihr natürlich nicht nur mich, sondern eine komplette Fashion Show mit dazu, mit Aftershow-Party, wo alle Drinks inklusive sind. Und ich finde, jetzt ist es Zeit für ein professionelles Intro. So ein tolles Intro habt ihr noch nie auf meinem Kanal gesehen, weil das habe ich nicht gemacht. Das war's für heute. Das war's für heute. Jetzt wisst ihr, dass ich davor nur Bullshit gelabert hatte. Es geht eigentlich um die Secret Fashion Show, aber so ganz schlimm war das gar nicht, weil nach der Fashion Show, ihr habt gerade gesehen, hier sind coole Designer mit dabei. Ich verlinke euch das auch alles nochmal unten in der Infobox, die weiteren Informationen und alles. Wann das ist, am 15. Mai und 16. Mai, geht ja über Nacht, deswegen auch die ganze Nacht mit mir. Letztes Mal, kurze Story am Rande, oh Gott, jetzt laber ich viel zu schnell, habe ich auf jeden Fall vorgehabt, nach der Secret Fashion Show auf der After Show Party nur so ein, zwei Gläschen zu trinken. Aus den zwei Gläschen wurden dann drei, vier, fünf, sechs, sieben. Auf jeden Fall konnte ich dann nicht mehr heimfahren und ich habe die Nacht irgendwo in München verbracht, deswegen, das ist gar nicht so unabwägig, dass ich da auch noch die ganze Nacht in München vielleicht mit euch unterwegs bin, wer weiß. Ich würde mich freuen, wenn ich einige von euch sehen würde, weil irgendwie fände ich das voll cool, mit euch so abzufeiern. Und es ist mit Live-Musik und es ist einfach, oh, letztes Mal war es mega cool. Genau, Links sind unten in der Infobox, schaut es euch auf jeden Fall mal an, guckt mal rein, auch wenn es vielleicht nicht ganz so nah ist von euch, vielleicht habt ihr ja irgendwie eine Möglichkeit, dass ihr hingehen könnt, es wäre auf jeden Fall mega cool. Wenn ihr die Möglichkeit habt, schaut vorbei und 25 Euro, es geht für das, dass man einfach danach Freigetränke hat und danach feiern kann. Finde ich voll okay. Und man hat die Fashion Show oben drauf und mich als Sahnehäubchen. Kann ich das so sagen? Ich sage das jetzt einfach so. Das war es eigentlich schon so im Gruppen und Ganzen. Wie gesagt, in letzter Zeit kommen nicht so oft Videos, weil ich mir gedacht habe, hey, ich will nicht unbedingt auf Zwang jeden Tag, jeden Tag vor allem, jede Woche ein Video raushauen, weil ich will was machen, wenn ich was zu erzählen habe oder wenn ich was Cooles zu präsentieren habe und nicht halt Woche für Woche mir irgendwas aus den Fingern saugen. Momentan macht mir einfach auch gerade Livestreaming mehr Spaß. Deswegen bin ich gerade, auch gerade momentan, live auf YouNow, die schauen gerade nebenbei zu. Ich verlinke euch auch das nochmal in der Infobox. Und ansonsten war es das schon wieder. Gebt mir auf jeden Fall Bescheid, wenn ihr kommt. Es wäre mega, mega cool. Und falls ich was verlosen soll, dann könnt ihr das auch mal in die Kommentare schreiben und liken, weil vielleicht kann ich die ein oder andere Karte sogar verlosen. Oder vielleicht sehen wir uns auch so. Habt einen wunderschönen Abend oder wann immer ihr euch das Video anschaut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Achso, und abonnieren kann man nämlich natürlich auch, aber das macht kaum jemand mehr. Tschüss.